Die philosophische Axiologie ist die allgemeine Lehre von den Werten. Als philosophisches Gebiet ist sie erst im 19. Jahrhundert entstanden. Ihre Vertreter, Z. B. Oskar Kraus, finden ihre Fragestellung bereits in der Güterethik der griechischen Philosophen vor, wenn gleich einer der einflussreichsten Vertreter der Wertphilosophie, Max Scheler, seine Theorie im ausdrücklichen Gegensatz zur Güterethik entwickelt hat. Als Begründer der Wertphilosophie gilt U. R. Hermann Lotze. In den allgemeinen Sprachgebrauch ist der Wertbegriff durch die breiten Wirkung der intensiven Diskussionen um die Wende des 20. Jahrhundert sowie durch die Rezeption von Friedrich Nietzsches Werken, in denen der Ausdruck oft vorkommt, eingedrungen. Der Terminus Axiologie geht auf Eduard von Hartmann zurück, der den Ausdruck zuerst 1887 in seiner Philosophie des Schönen gebrauchte. Geschichte und Theorien Historisch geht die Wertphilosophie auf die Übernahme des Wertbegriffes der Nationalökonomie zurück. Bei Immanuel Kant etwa stellt die Rede vom absoluten Wert des guten Willens eine solche metaphorische Übernahme des nationalökonomischen Wertbegriffes dar. Eine bedeutende Rolle spielt der Wertbegriff bereits in der Ethik von Jakob Friedrich Fries. Doch war Lotze der Anknüpfungspunkt der späteren Wertphilosophien? Seit den 1890er Jahren ist der Wertbegriff durch die direkte Lotze-Rezeption George Santayenisch und anderer auch in den Vereinigten Staaten geläufig und spielte besonders im moralphilosophischen Spätwerk von John Dewey eine große Rolle, so dass sich für den Ausdruck Value in englischsprachigen Ländern dieselben alltagssprachlichen Verwendungsweisen ergaben wie in deutschsprachigen Gebieten. Lotze vertrat eine objektive Wertphilosophie und schrieb Werten einen eigenen Modus zu, die Geltung. Subjektive Werttheorien gehen dagegen von dem Werturteil als Grundlage des Wertes aus. Der Wertende Mensch stellt zwischen seinem Maßstab und einem Gegenstand eine Beziehung her, welche den Wert der Sache darstellt. Beruht der Wertmaßstab auf einem Lustgefühl durch Bedürfnisbefriedigung, dann entsteht eine psychologische Werttheorie. Werden Werten nur relative Bedeutung und Geltung zugestanden, führt dies zum Wertrelativismus als besonderer Form des Relativismus. Die prominentesten Werttheorien des 19. und 20. Jahrhunderts waren, der Neukantianismus der badischen Schule von Heinrich Rickert und Wilhelm Windelbendt, welche den Werten einen transzendenten Status zuschreiben und ihnen den Modus des Geltens zu erkennen, der vom Modus des Seins zu unterscheiden sei. Die Werte bilden ein eigenes Reich und haben unbedingte Geltung, existieren aber nicht im Modus des Seins. Die Lebensphilosophie von Friedrich Nietzsche, welcher die Weltanschauung als Ergebnis von Wertschätzungen als physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben und Werten definiert. Diese Wertschätzung kommt im Willen zur Macht zum Ausdruck. Deshalb fordert er eine Umwertung aller Werte. Die österreichische Wertphilosophie von Franz Brentano und seinen Schülern Christian von Ehrenfels, Edmund Husserl und Alexios Mainon, der Neovitalismus von Eduard von Hartmann, der britische Intuitionismus von George Edward Moore, Hastings Reshtel und William David Ross, der Pragmatismus von William James, John Dewey und Clarence Irving-Louis, Die an die frühe Phänomenologie Husserls anschließende Wertphilosophie der Wertphänomenologie von Max Scheler und Nikolai Hartmann. Scheler beruft sich auf das Wertgefühl, das äußert sich im intuitiven Lieben oder Hassen einer Sache, bevor ihre Bedeutung verstandesmäßig ergründet wurde. Die Werte selbst bilden ein Reich materialer Qualitäten, welches unabhängig ist vom Sein, sowie der Neurealismus von Ralph Baden-Perry. Windelbend erklärte die Wertphilosophie zur kritischen Wissenschaft von den allgemeingültigen Werten. Darin unterscheide sie sich von den exakten Wissenschaften, welche natürliche Gesetzmäßigkeiten und spezielle Phänomene erforschen und systematisieren. Die Wertphilosophie bildet das eigentliche Zentrum der Philosophie. Die mathematisch exakte Wertwissenschaft stand im Zentrum des Wirkens von Robert S. Hartmann. Durch das von ihm entwickelte Axiom der Wertwissenschaft gelang es, unabhängig von unterschiedlichen moralisch-sittlichen Wertvorstellungen eine exakte Wissenschaft der Werte aufzubauen. Die Werttheorie als umfassender philosophischer Ansatz, wie er bei Lotze, Hartmann und vom südwestdeutschen Neukantianismus ausgebildet worden ist, wurde U. A. von Martin Heidegger scharf kritisiert. Sie wird heute als philosophische Theorie nicht mehr vertreten, wenngleich sie in der Rechtswissenschaft noch Anhänger hat und auch die Analyse des Werturteils durchaus noch ein Spezialthema der analytischen Philosophie darstellt. Manchen Vertretern der Wertphilosophie galt die Wertphilosophie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hingegen als Fundament der übrigen philosophischen Teildisziplin, da sie den Anspruch erhob, als Grundlage für andere Bereiche wie Logik, Ethik, Erkenntnistheorie, Rechtsphilosophie, Kulturphilosophie, Religionsphilosophie, soziale Philosophie, politische Philosophie, Ökonomie und Ästhetik dienen zu können. Begriffe Der heutige Alltags- und nicht-philosophische fachsprachliche Gebrauch des Wertbegriffs, dem keine philosophisch ausgearbeitete moderne Werttheorie entspricht, hat zu zahlreichen Zusammensetzungen geführt. Die aus widerstreitenden Wertvorstellungen entstehenden Konflikte können in Werteverfall, Werteverlast oder Wertesynthese resultieren. Wertblindheit bezeichnet das Fehlen des Gefühls für bestimmte Werte.